Die Politik ist eine ganz andere Anforderung. Ich bin eine Gesellschaft, die nur noch nach dem Geld kommt, die finde ich total zum Kunzen. Ich muss sagen, mein Vorbild ist immer mein Großvater. Ich bin halt so ein Opa-Kind. In der Stadt Kassel sind das insgesamt 71 Stadtverordnete. Also das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, dass es die SPD nicht gibt. Es reicht einfach nicht, sich zu ärgern, sondern wenn man das ernst meint, dann muss man sich eigentlich engagieren. Hallo Herr Oberbrunner, wir bedanken uns dafür, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Die FDP-Fraktion ist die kleinste in der Stadtverordnetenversammlung von Kassel. Wieso sind Sie ausgerechnet dieser Fraktion beigetreten? Also ich bin nicht der Fraktion beigetreten, in dem Moment, wo sie die kleinste wurde. Das ist doch nett. Okay? Ja. Zufrieden? Ja. War es das? Ja. Echt? Ja. Teerschönen. Jetzt habe ich mich so richtig warm geredet, dieses Kind.